So, ja das ist gut. Steig ein. Ich bin drin. Los, hau an. Was macht ihr denn? Oh, wow. Oh, wow. Krasser Typ. Schönen guten Tag liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge F13. Heute wieder mit Neirolf. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut. Das freut mich. Wo bist du denn gerade mein Freund? Ich habe keine Karte. Ich kann dir das nicht sagen. Okay. Ich bin in einem großen blauen Haus wollte ich gerade sagen. Großen gelben Haus. Und falls es dich interessiert. Ich bin hier ganz alleine. Hier ist auch die Fuse. Wollte ich dir nur eben schnell sagen. Weil ich gleich sterben werde. Ich rufe gerade Tommy Jarvis. Gut. Ich werde gleich sterben. Ich glaube Michael ist in der Nähe. Ja, Michael. Michael ist in der Nähe. Er kommt und holt dich. Vielleicht siehst du mich auf der Karte. Ich bin hier ganz alleine. Warte. Ich kann gleich Karte gucken. Ich will mal eben was einstecken. Geht sofort los mein Freund. Ich kann gleich Karte gucken. Ich kann Karte gucken. Bist du in der Nähe von einem Haus? Ich gehe gerade in ein Haus. Wir sind zwei Leute ganz alleine. Ich weiß nicht welcher von den beiden du bist. Ach so. Da ist nämlich so ein anderer Typ noch bei. Ach keine Ahnung. Das hilft mir sehr viel. Ja. Also irgendwo sehe ich... Ich habe gestern im Radio noch Weihnachtsmusik gehört. Oh wow. Warte ich muss mal eben schnell wegrennen. Oh ne Karte. Irgend so ein Spacken hat hier gerade das Dings angemacht. der Musik. Ja. Und ähm... Ja. Das war echt unknorke. Ich sehe euch da glaube ich gerade. Kommt dergang. Kommt dergang. Ich bin nicht mal beim Haus. Ich bin weggegangen. Jason war in der Nähe und der eine hat Dings angemacht. Musik. Das war mir zu viel. Okay. Nicht weil ich keine Musik nicht mag. Sondern weil... Ähm... Ich bin hier bei dir. Ach so. Ja schön. Hey. Magst du rauskommen? Äh ja. Ich gehe gerne nachts durchs Fenster raus wenn es regnet. Äh hi. Hi. Oh. Kommst du mit? Äh warum? Was hast du denn? Hast du die Fuse? Ne. Ich wollte Jason ergern. Ach so. Wir sollten vielleicht erstmal die Fuse suchen. Weil mein Freund ähm... Das könnte hilfreich sein. Hier ist übrigens Heelspray. Brauchst du noch eins? Ja. Ich habe nämlich gar nichts. Hier rechts von mir ist eins. Okay. Also da. Wo wirst du denn? Ich komme hier drauf. Da ist das Heelspray. Voll. Voll gemeiner Flinte. Ich glaube wir haben ein Problem. Warum? Ich habe die Tür zu gemacht. Aber ich höre Jason Musik. Ne. Okay. Du hast die Tür aufgemacht mein Freund. Ne. Ich hatte sie... Die Tür sperren wir weit auf. Was willst du mir erzählen? Ne. Ich meinte die... 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 Die Badezimmertür da. Ach so. Hier ist übrigens eine Flaregang. Falls du brauchst. Ne. Ich habe einen Baseballschläger. Da reicht nicht. Mh. Der ist besser als ein Flaregang. Ja. Ich habe ein Team gefunden. Ja. Uiuiui. Ich gehe jetzt schnell... Haben wir ein Boot? Ein Boot? Ne. Wir haben nur zwei Autos. Du mit deinem Jason. Ich glaube der Jason weiß nicht wie man läuft. Warum? Der geht hier nur ganz gemütlich lang. Vielleicht kann der Jason auch nicht laufen. Entschuldigung. Der ist aber der ganz normale. Diskriminierst du gerade Jason? Ja. Problem damit. Ja? Nö. Er... Er rennt nicht. Er geht einfach nur ganz normal. Ja. Vielleicht hat er sich seinen Fußknöckel verstaucht. Kannst du ja mal gucken kommen. Ne. Ich laufe gerade zum Auto und repariere es. Aber ich würde... Ich glaube das ist ein Anfänger Jason. Oh. 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 Jetzt läuft er. Oh oh. Jetzt ist er sauer. Toll. Jetzt hast du es geschafft. Entschuldigung. Jetzt habt ihr ihn so doll provoziert, dass er euch umbringen möchte. Tja ja. Sind da schon welche tot? Ähm. Nö. Nö. So. Habe ihn betäubt. Ich komme zu dir. Oh. Hier ist der... Äh. Zweisitzer. Alles klar. Ja. Ich komme mal zu dir. Vielleicht. Hast du äh... Batterie? Ne. Du... Du haben Batterie? Nein. Ich nix. Oh. Oh. Ich bin grad schnell durchs Fenster gesprungen. Oh man. Hast du es kaputt gemacht. Ja. Vor allem in dem Haus war ich hier schon. Also hat das nichts gebracht. Hm. Naja. Gut. Kann man nichts machen. Da. Du hast es. Ich bin fertig. Ich komme wieder zurück. Achso. Hi. Willst du was Produktives tun? Ne. Eigentlich nicht. Oh man. Boah. Guck mal hier bin ich grad reingesprungen. Naja. Geil. Da musst du dich heilen mit dem Heelscrake? Ne. Noch nicht. Okay. Kann ich ja ordentlich laufen. Ich würde gerne wissen wo die Batterie ist. Ich würde gerne mit dem Auto abhauen. Ich weiß gar nicht ob das die richtige Hütte ist. Ne ist sie nicht. Ne ich glaube hier war ich sogar schon drin. Oh hier sind Autoschlüsse. Hier warst du also schon drin? Oh. Oh. Ja ich war hier glaube ich schon. Ja hier habe ich Tony Javis gehabt. Wow. Wow mein Freund. Du hast richtig gut gelootet. Ja krass ne. Danke für die Baseballschläger. Bitte. Mit dem anderen habe ich nämlich schon ein paar mal geschlagen. So irgendein Auto ist schon fertig. Ich glaube das ist das Auto ganz links. Ich glaube nicht das Auto wo ich gerade hin renne oder? Nein. Ich renne ihn nicht. Das ist auf der anderen Seite der Map. Wollen wir abhauen? Zu zweit? Ja. Im vierer Auto? Ne das geht glaube ich nicht. Da sind jetzt nämlich schon die anderen. Ja aber die haben keinen Autoschlüsse oder? Oh die fahren weg. Doch die haben das jetzt schon angemacht. Ja wir kommen da eh nicht mehr rein. Ne aber ich kann mich auf die Straße stellen. Also willst du sterben? Nein die töten mich nicht. Achso. Komm wir gehen mal ins Haus da hinten. Jason ist eh bei denen. Ey das ist auch noch irgendwo die Fuse liegt oder so. Wetten die haben die alle dabei? Die Sachen? Ja. Hast du schon ein Messer gefunden? Nö. Gar nichts. Ne. Ich verstehe sowas nicht. Wenn ich Jason bin ne? Es sind mindestens 18 Messer auf der Map. Mindestens habe ich das Gefühl. Hier ist nichts. Ne. Ne ne hier ist gar nichts. Oh da kommt das Auto. Hopp. Ich gehe da rein. Ein Platz ist noch frei. Oh wow. Da sind sogar noch zwei Plätze frei. Komm mal. Ich komme ich komme mit. Genauso wie. Genauso wie. Genauso wie. Oh. Fahr zurück. Und die vielleicht. Wieso steigt ihr nicht einfach ein. Und. Ey. Okay. Ist halt irgendwer welche. Oh. Ich glaube ich hab dir grad getüftelt. Wien? Ja, weil ich eingestiegen bin. Der kann dann nämlich nicht weiterfahren. Hä? So. Ja, das ist gut. Steig ein. Ich bin drin. Ich bin drin. Los, roh! Was macht ihr denn? Fahr doch! Ich geh den Jason! Oh mein Gott. Oh wow. Oh wow. Wow. Krasser Typ. Wow, er schlägt mich. Oh. Ich glaube ich sollte fahren. Ja? Ich hab keine Waffen mehr. Da hinten liegt eine. Glaube ich. Nee, doch nicht mehr. Komm mal. Hilfe. Ich sterbe. Hilfe. Leute? Äh. Oh wow. Kommst du weg? Wow. Nee, ich bin tot. Herzhaft? Ja. Oh wow. Schön. Oh, das tut mir voll leid für dich, Mann. Ich würde dir gerne helfen, aber ich hätte keine Waffen mehr. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja? Nö. Okay, der letzte kommt nicht. Der letzte kommt irgendwie nicht. Dann fahr ich eben noch. Ja. Der, 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 der. Komm, soll Tommy vielleicht wieder? Hä? Eigentlich ja auch, ne. Ich bin Tommy. Kannst du auf mich warten? Ja, klar. Wo musst du denn? Du hast eine Karte. Äh, weiß ich noch nicht. Ich hab grad noch diese Animation. So. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Wow. Ich komm dir hin. Du siehst mich ja bestimmt. Kann ich nach rechts oder nach links fahren? An der Hauptstraße? Komm ich dann vielleicht hier näher? Ja, nach rechts. Nach rechts. Aber noch nicht ganz raus. Nee, nee. Mach ich. Mach ich. Bin auf dem Weg. Äh, ich glaub das reicht. Sonst bist du gleich draußen, glaub ich. Ich glaub ich bin alleine im Auto. Nee. Hält ich nicht? Nein. Bist du vor mir gerade? Ja. Da sind noch zwei andere Leute. Sind die in der Nähe? Äh. Kannst du... Ist er vor oder hinter mir? Vor mir? Er ist vor mir. Ohohohoho. Hä? Hahaha. Oh Gott, wir sind voll. Ah, hat Spaß gemacht. So. Äh, ja. Du hast überlebt, ne? Freundchen? Ja. Sehr schön. Alles klar. Dann danke fürs zugucken. Und bis zur nächsten Folge. F13. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. 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 Vielen Dank.